Hallo meine herren werten Katzenstreichler, wie mein hochgeschätzter Kollege immer verlauten lässt. Ich habe euch heute mal einen kleinen Snack zubereitet in Form eines kurzen Videos. Also ich hoffe ihr habt viel Spaß, also hatte Geld, tschüss. Ich will ja nix sagen, aber das Auto kommt gleich, scheiße, geh wegsa, steig ein, fahr, runter wieder, scheiße, hast du das Tauchel gesehen, oh nein, geh wegsa, den haben sie umgeholt, da ist er doch, ja, das war gut, man darf den einfach nicht fahren lassen. Ich kann doch nix dafür, erst werden wir vom scheiß Auto überrollt, jetzt sagt man sich, ich kann man den fahren lassen. Ja, jetzt sind wir die Handbremse angezogen. Jo, wo soll ich das denn wissen, dass man das machen soll? Oh Leute, wir sind wieder hier, wieder ein bisschen Bock, gucken ob es jetzt los geht, wer hat denn hier gechillt? Was ist das denn, Yves? Geh, geh mal weg. Horrorfilme abends kannst du so abhaken, nen Scheißdeck werde ich tun. Deine Frau will Horrorfilme. Zum Schlafengehen dann. Ja, ja, zum Schlafengehen, da schlafen hab ich nie wieder. Was ist da? Was ist da denn? Was ist da? Gummibären, hier und dort und überall. Sie sind da, wenn du sie brauchst. Das sind... Ah! Ah! Du... Bist du behindert? Was ist das? Ihhh! Aua! Voll das Bein angestoßen. Geht's jetzt weiter? Ach du Scheiße, Mann, hat mich das erschreckt. Ey, ich wollte also auch nur chillen. Soll ich rennen? La la la. La la la. La la la. Hi, Keule. Ich geh da mal. Wir sehen uns. Maije. Tschüss. Halt! Ah! Wer ist das? Geh doch weg da, Mann! Was machst du hier im Haus? Alle sind draußen. Du bist ein Hausgänger. Ein Halbscheißer. Verpiss dich ja, Mann. Ich bin so... Und... Warum ist denn der da drin? Mann, dumme Sau. Siehst du mich? Siehst du mich nicht? Es sei denn, wir machen heute Nacht Wanderung im Wald. Du hältst grad die Fress. Das macht Spaß. Ja, auf jeden Fall. Können wir auch direkt auf den Friedhof gehen und ein bisschen Leichen ausbuddeln. Klar, machen wir alles. Haben wir Bock? Die riechen so komisch. Die hier auch. Verflucht, ich kann ja mehr, ey. Wie komm ich denn jetzt in diese... An diesen... Mongos vorbei? Guck mal, die sehen mich nicht mal, die Idioten. Aber ins Haus sollte ich nicht gehen, hab ich gehört. Meinst du, der checkt's, wenn ich mich hier drin versteck? Wenn ich mal drüber kommen würde? Ich chill direkt neben ihr. Es sind zwei, ne? Ja, ich weiß. Und einer ist im Haus. Er hat voll Bock. Der checkt nix, der juckt. Mir juckt auch grad die Nase. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich treh dich kaputt, du Arschloch! Mann! Was jetzt? Was jetzt? Wo ist mein Headset? Oha, voll gekippt! Oha, voll gekippt! Ich hab mein Headset kaputt gemacht. Warte mal! Wie läuft? Wie kriegst du das Ding da wieder drauf? Scheiße! Machst du ein neues? Halt mal kurz! Halt mal kurz! Mal ab, mein Headset piep piep! Oha! Guck, das Spiel ist nix für mich! Das macht nur meine Einrichtung hier kaputt! Hi! Weißt du mich? Ja! Also! Toll, ich hab mein Headset voll geknöchelt jetzt! In dem Müll! Wo kam der denn her? Ihr macht... Ihr macht das kaputt? Ihr macht hier alles kaputt? Guck da! Ich weiß nicht, ob man sieht! Was sieht man hier denn? Was ist das? Toll! Guck! Das Spiel kostet mich Nerven, Geld und alles! Da musst du das Video an den Hersteller schicken! Und sagen, ich brauch jetzt... Was ist jetzt mit dem Arsch? Ja, jetzt kotzt er! Eben erschreckt er mich! Jetzt kotzt er hier rum! Mann, lass doch das! Was für Ess! Geh weg, Mann! Ihr Psychopathen, Alter! Ich hab nix zu essen! Ich hab auch kein Kleingeld! Lasst mich alle nu! Verpisst euch doch endlich! Ey! Mal! Du Schnarchnase! Ja! Ja! Tschüss! Kommst du mit? Komm! Rüber! Über die Brücke! Ja! Oh fuck! Oh fuck! Voll fett! Mann! Das wollte ich echt nicht! Ich hab nicht richtig hingeguckt, wo die Brücke ist! Ja! Einfach gar nix machen lassen! Ey Bruder, das war voll aus Versehen! Abbau'n! Abbau'n! Ich schwör' das war nicht mit so Absicht! Ja! Warte! Dann schaff's lustig! Ich auch! Ich hab zur Seite geguckt, hab vielleicht gesehen, wo die Brücke kommt! Ja! So! Erstmal aufwachen Leute! Herzlich willkommen! Wir haben wieder Bock! Glaube ich! Zumindest! Es hat Bock heute! Es ist auch wieder am Start! Mein Borea Kämpfer! Ja oder sie? Ich bleibe! Bleibt ruhig! Bleibt ja auch ruhig! Jetzt können wir! Jetzt können wir! Ich sag' nix mehr! Am besten! Geil! Endlich! Wär voll entspannt, gell? So kann man was machen! Vielleicht rufen wir heute noch mal eins an! Ah Florian! Direkt bist du da! Cool! Einstiegsmusik ist... Einstiegsmusik ist ein